Hallo und herzlich Willkommen in meinem Hexenhain. Wenn du deine Tageskarte ziehen willst, dann geh einfach mal runter in die Videobeschreibung und da findest du dann die Zeitstempel. Hallo Karte Nummer 1, so mal gucken, welche Karte soll deine sein? Die! Okay, was haben wir denn hier? Flexibilität. Und hier steht, das Symbol des Bambus reicht ziemlich tief. Wo andere Bäume, die womöglich sogar stärker und robuster aussehen, bei Stürmen abknicken können oder umfallen können, da biegt sich der Bambus ganz einfach. Und er gibt einfach nach. Und das macht den Bambus so stark. Seine Flexibilität erlaubt es ihm, einfach immer zu florieren und zu überleben, wo andere Bäume schon nachgegeben hätten. So, also die Bedeutung dieser Karte ist ziemlich vielfältig. Erstens möchte man dich dazu ermahnen, flexibler zu sein in deinem Leben. Man möchte dich dazu ermahnen, in der Lage zu sein, nachzugeben. Es gibt Zeiten, wo man einfach stark stehen bleiben muss. Und es gibt Zeiten, wo es besser ist, nachzugeben. Und diese Karte suggeriert dir, dass es wichtig ist, dass du dich schnell an neue Umstände gewöhnen kannst. So würde alles für dich auch einfach leichter werden. Und obendrein ist es eine super Karte, wenn es um Überfluss und Reichtum geht. Das heißt, die Karte suggeriert weiter, dass wenn du flexibel bist und wenn du lernst, auch nachzugeben, einfach auch vor allem innerlich flexibler zu sein mit allen Umständen, dann kannst du unglaublichen Reichtum bekommen und Überfluss. Dann wird dein Leben insgesamt einfach reicher. Und obendrein sagt die Karte, dass dir eine Zeit von wirklich rapidem Wachstum bevorsteht und du sollst der Sache nicht widerstehen. Du sollst flexibel mit dem Flow gehen. Das heißt, die Karte signalisiert, die Zeit ist jetzt genau richtig für enormen spirituellen Wachstum. Aber was ich höre, ganz besonders auch materiellen Wachstum. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen da. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat. Und wenn du jetzt denkst, dann abonnier doch einfach den Kanal. Okay Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch noch eine richtig coole Zeit. Bye! Hallo, Karte Nummer 2. Oh, wir haben Inspiration. Inspiration. Also schau mal, hier im Buch steht, die Inspirationskarte sagt dir, dass du mehr in deine Imagination vertrauen sollst, weil das für dich ein Tor ist zu wirklicher Magie und einer Welt, die jenseits deiner Vorstellungskraft sogar liegt. Also da wartet ein Riesenlicht sozusagen auf dich, wenn du dich nur darauf einlassen würdest. Die Karte sagt weiterhin, dass du deine Spirit Guides ruhig auch mal anrufen kannst, von wegen, hey, gib mir doch mal eine coole Einsicht oder eine coole neue Idee. Ein Blitz der Inspiration, um neue Dinge ans Tageslicht zu holen. Und gleichzeitig sagt die Karte auch, dass so etwas passieren wird bei dir, dass du einen Aha-Moment haben wirst und heute ziemlich inspiriert sein wirst. Du wirst eine gute Idee haben. Unterm Strich ist es einfach das, du sollst dich fokussieren und du sollst deiner inneren Kreativität ruhig erlauben, ans Tageslicht zu kommen. Was dir die Karte auch noch rät ist, mal einen langen, intensiven Spaziergang zu machen, am besten in der Natur, wenn du dich mal blockiert fühlst, sagen wir mal, du hast eine Schreibblockade oder irgendwas und da stehe ich auf jeden Fall hinter. Also was ich für Ideen habe, immer wenn wir spazieren gehen, es ist unglaublich. Hier steht weiter, erlaube der Natur, dich wirklich zu inspirieren. Und wenn du diese Art von Spaziergang gemacht hättest, sei wirklich da und lass dich von der Natur inspirieren. Und was man dir weiter sagen will ist, wenn du diese Karte gezogen hast, meditiere unbedingt täglich. Starte jetzt ein neues Projekt. Fang an zu schreiben, zu malen, zu zeichnen. Werd kreativ, geh raus in die Natur und mach öfter mal wirklich lange, intensive Wanderungen da draußen. Das sagt diese Karte. Cool, das wird ein sehr inspirierter Tag für dich, so wie es aussieht. Okay, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen da. Und wenn es dir nicht gefallen hat, und wenn du jetzt denkst, dann abonniere doch einfach den Kanal. Okay Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch noch eine richtig gute Zeit. Bye! Hallo, Karte Nummer 3. So, hier hat sich der Ton jetzt mal richtig schön verabschiedet. Mein Mikrofon ist einfach mittendrin ausgegangen und ich hab's nicht gemerkt, deswegen jetzt ohne Mischgeräusche, einfach nur mit ein bisschen Gefasel. Und wir haben hier das Einhorn-Deck. Uh, was haben wir denn hier gezogen? Die Wiedergeburt. Und hier steht, erfinde dich neu. Gib Leben in deine Träume. Kreiere eine neue Realität für dich. Und was ich hier raushöre, ist eigentlich eher keine Aufforderung, sondern sowas wie ein Hinweis. Du wirst dein Leben bald ziemlich umkrempeln. Und wenn du spirituelle Ziele hast, dann wirst du ein paar sehr intensive Aha-Momente haben. Und was ich höre, ist, dass heute einfach ein Start ist für diese Wiedergeburt. Das heißt, du wirst vielleicht irgendeine Einsicht haben, irgendeine Idee, irgendeinen Style, den du verändern willst. Wiedergeburt ist jetzt hier nicht so wie, hey, ich kauf mir ein neues Paar Schuhe oder so. Das ist hier was. Du machst dich ganz neu. Also heute kündigt sich das an, du wirst jetzt vielleicht nicht heute komplett neu geboren, aber heute kündigt sich auf jeden Fall eine Phase der Neuwerdung für dich an. Und wenn du bis jetzt in der Klemme gesteckt hast, was einige Dinge angeht, ich sehe halt die ganze Zeit den Sonnenaufgang vor meinem inneren Auge und den Silberstreif am Horizont. Das heißt, diese Einhornkarte würde dir dann sagen wollen, hey du, es wird alles ganz neu werden. Es wird alles ganz neu werden. Und falls du jetzt, wie gesagt, eine Krise hinter dir hast, dann sollte dir das sagen, das war wichtig. Entweder hast du eine furchtbare Zeit hinter dir und dann sagt dir diese Karte jetzt, ab jetzt geht es mega bergauf. Oder wenn es dir eh schon richtig gut ging, dann sagt es dir einfach nur, es gibt bald einen Neustart. Und auf den will man dich hinweisen einfach. Okay, das war deine Tageskarte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen da. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, und wenn du jetzt denkst, dann abonnier doch einfach den Kanal. Okay Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch noch eine richtig gute Zeit. Bye! Ich wünsche euch noch eine gute Zeit.